Ja, herzlich willkommen und seid gegrüßt, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Ja, ich werde jetzt in dieser Folge versuchen, den Evans zu schlagen. Ja, ich habe ja Butch und Hamlet beschlagen, blutig beschlagen, aber jetzt geht es weiter. Du hast Mut, Mora. Du hast Ehre. Diesmal aber musst du 250 Goldstücke zahlen. Na schön, hier hast du das Gold. Gut, viel Glück, Mora. Tja, das kann ich gebrauchen, Trompec. Ja, wir sind... Hier ist natürlich ein kleiner Ring. Das war früher, glaube ich, mal ein Schafsgatter. Und jetzt fragen wir Evans, ob er mit in die Arena kommt. Kämpfe mit mir in der Arena, Evans. Und bevor du fragst, Trompec hat sein Geld für den Kampf bereits bekommen. Weißt du auch, mit wem du dich da anlegst? Ja, das weiß ich. Aber wenn du denkst, dass ich für die Angst habe, so hast du dich geschnitten. Na, wenn schon. Das kommt noch. Mit dir mache ich kurz einen Prozess. Auf in die Arena. Ja, mal gucken, wer mit wem hier kurz einen Prozess macht. Ich will jetzt nicht so überheblich wirken, aber wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten, würde ich sagen. Ähm, gucken. Okay. So, dann werden wir mal Folgendes machen. Wir werden auf alle Fälle erst mal gucken. Ach ja, hier zur Orientierung. Ich habe 122 Stärke. Ich habe 88 Schutz vor Waffen. Das möchte ich ändern. Warum? Damit ich eine bessere Chance habe. Was ändere ich denn mal? Okay, Amulett der Kraft brauche ich. Ähm, ich habe hier Ring der Macht, Stärkebundesgeschicklichkeitsbundes. Das lasse ich mal. Ring der Lebenskraft, Ring der Magie. Okay. Okay. Ähm, die Lebenskraft werde ich mal ein bisschen ersetzen durch Ring der Mächtigen Erzhaut. Und dann haben wir hier noch einen Gürtel. Das ist der Gürtel des Schutzes. Der gibt mir auch mal gleich hier sehr viel Schutz. Den werde ich auch anlegen. Dann gucken wir doch mal gleichzeitig mal ins Profil rein. 113 Schutz vor Waffen. Das ist klasse. Aber Stärke nur 117. Schaffen wir das? Das ist die große Frage. Ähm, dann holen wir uns noch ein bisschen mit Fleisch den Wanst voll. Speichern das Ganze ab. Und Ring frei für Roland. Hoffentlich kann Evans noch was sagen. Tatsache, das geht. So, Evans. Lass uns kämpfen. Komm her, Mistkerl. Aber jetzt kriege ich dich. Okay. Gucken, vielleicht schaffen wir den Evans. Jawoll! Ja, wie geil ist das denn? Ich habe nur gepackt und ganz wenig einstecken müssen. Wie cool ist das denn? Was hat er denn Wichtiges? Okay. Oh, Xoltener Bogen. Evans haben wir geschafft. Wie cool. Superklasse. Mit was hat er denn gekämpft? Mit einem geschärften, groben Kriegsbeil. Auch gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das gildet. Gildet, ja. Ich weiß, gilt. Oh Mann. Mein Kopf. Sein Kopf. Okay, okay. Du bist der Bessere von uns beiden. Perfekt. Was willst du? Ja, nach dem Kampfwort sagen, ne? Na, noch alles ganz? Verdammt. Das wirst du mir büßen, Freundchen. Eines Tages werde ich mich rächen. Und dann die Herzen aller Mädchen brechen, oder wie? Warte mal. Was gibt es denn noch zu sagen? Ne, es wäre gewagt so ein Geldbeutel. Haha, wie cool ist das denn? So, Trompec. Ich habe es geschafft. Ich habe Evens besiegt. Wow. Hahaha. Bei Belia. So einen guten Kampf habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hier, dein Preis, Mora. Du hast dir diese Waffe wirklich verdient. Da bin ich mal gespannt. Wir haben einen neuen Champion. Yeah. Jetzt könnte ich Applaus einblenden. Ja, was habe ich denn jetzt? Und was gibt es Neues? Und? Was gibt es Neues? Was soll es schon Neues geben? Die Kämpfe sind vorbei und du bist der neue Champion. Alle Achtung. Für einen Mora bist du wirklich ein sehr guter Kämpfer. Unsere Krieger haben großen Respekt vor dir. Wow. Das ist ja irre. Ja, wir machen mal gucken, was wir bekommen haben. Geh mal ganz nach oben. Was ist das denn? Eine Katana. 145. Na gut, okay. Benötigte Stärke 130. Die kann ich also noch nicht anlegen. Wenn ich natürlich wieder... Also eine Katana. Leute, das ist so klasse. Ja. Was war das denn? Sorry. Da hat sich da einer eingeschlichen. Dann werde ich mich wieder mal... Sorry, jetzt habe ich wieder umgeblendet. Dann werde ich mich wieder hier in meinem alten Modus zurück verwandeln. Und zwar brauche ich diesen Ring wieder. Ne, Quatsch. Was war denn das jetzt? Also Erzhaut machen wir mal weg. Und Ring der Lebenskraft war das, glaube ich. Ring der Macht. Ring der Lebenskraft. Und zack. Zack. So, dann haben wir wieder Stärke. Kann ich die Katana eigentlich anlegen? Ne, 122 Stärke hatte ich ja vorher auch gehabt. Ah, speichern wir mal ab. Dann werden wir mal... Hoffentlich mal eine Runde gut schlafen können. Nach diesem ganzen... Desaster. Was heißt Desaster? Desaster war das ja nicht. Ja, ich habe die Arena-Kämpfe geschafft. Wie cool ist das denn? Ja, gucken wir noch gleich mal ins Logbuch. Das wird bestimmt hier sein. Da ist es erledigt. Aha. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück zum Rand. Ne, nicht hier in die Ecke rein. Das ist hier nochmal vorher das kleine Gässchen. Durchlaufen. Damit ich hier rumkomme. So, Mütterner Ork-Krieger. Ach, ich quatsch die einfach mal an. Vielleicht ist er jetzt mein Freund. Ne. Passiert nichts. Immer wieder das Gleiche. Und... Und die Ork-Söldner, Ork-Söldner. Gut. Die lassen wir mal Ork-Söldner sein. Und wen haben wir denn? Ich will doch einfach nur mal wissen. Ne, das sind nur Ork-Krieger, Kämpfer, Speer und so weiter. Ork-Krieger. Ork-Söldner. Ja, wie schon gesagt. Ja, das war ja easy, ne? Ork-Elite. Gucken wir mal uns den Grant an. Was er zu sagen hat. Ich habe Evens in der Arena besiegt. Ich habe Evens in der Arena besiegt. Ich habe es schon gehört. Damit dürfte die Loyalität der Söldner mir gegenüber wieder hergestellt sein. Jetzt, wo Evens besiegt ist, werden ihm auch seine Verleumdungen bei Karosh und Donchak nichts nützen. Die beiden Orks stehen nämlich immer auf der Seite des Siegers. Gut gemacht. Hier hast du 200 Goldstücke als Belohnung. Du hast sie dir wirklich verdient. Übrigens, du sollst dich bei Donchak melden. Weißt du, was er von mir will? Keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass er den neuen Champion von Korinis sehen will. Jetzt geh schon. Keine Sorge. Er wird dir nicht gleich den Kopf abreißen. Das ist ja schön speichern. Wo ist denn jetzt Donchak? Das ist die große Sache. Orkscher Oberst. Ach ja, ein Logbuch gucken. Donchak. Das heißt, Donchak und aktuelle Mission, erfüllte Mission. Deine Loyalität ist dann auch damit abgeschlossen. Perfekt. Ui, 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 ui. Donchak. Donchak, wo bist du? Ja, ich muss jetzt wieder nach Donchak suchen, bis ich den gefunden habe. Ich habe mir das jetzt leider nicht gemerkt. Ich springe doch dort zum Donchak hin. Dann melde ich mich wieder. Sind wir jetzt im Rathaus bei Donchak. Du wolltest mich sehen? Du wolltest mich sehen. So, wer bist du denn? Der neue Arena-Champion von Korinus. Ach, du bist dieser Mora. Sehr gut. Ich habe nämlich einen Auftrag für dich. Einen Auftrag? Was denn für einen Auftrag? Unser Heer braucht neue Waffen. Gute Waffen. Doch Grimog, unser Schmied, sagt, dass dies nicht so einfach wäre. Frage ihn, wann er die Waffen fertig geschmiedet hat. Hm. Warum wartest du gerade auf mich? Du kannst doch einen deiner Krieger zu Grimog schicken. Es gibt da sehr wahrscheinlich ein Problem, das unsere Krieger nicht gerade wissen müssen. Gehe zu Grimog. Er wird dir alles sagen. Aha, okay. Wenn da unten Ende steht, brauche ich nicht noch mal nachfragen. Grimog Donchak. Ich habe es geschafft, mit Donchak zu sprechen. Grimog Donchak braucht neue Waffen. Er will... Ja, ja, okay. Was da so lange dauert, dieser Schmied. Dann gehen wir mal zum Schmiedchen. Ach nein, verlatscht. Verlaufe. Da unten ist die Treppe. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin so glücklich. Ich bin jetzt bei den Orks voll drauf. Äh, ja. Raus hier. Ja, quatscht mich hier keiner an. Von wegen Gratulationen oder so. Nichts. Undankbares Orkpack. So, wo ist denn unser Schmied? Der ist da hinten am Ende. Und hämmert lustigst auf sein Amboss herum. Donchak schickt mich. Donchak, was will der große Kriegsherr der Orks von Grimog? Er möchte wissen, wann die Waffen für das Heer fertig sind. Leider wird das noch lange dauern, Morra. Grimog hat zufällig Erz. Magisches Erz. Wie viel Erz brauchst du denn? Viel Erz, Morra. Sehr viel Erz. Am besten eine ganze Kiste voll. Es würde mir aber auch für den Anfang reichen, wenn ich zumindest 30 Erzbrocken hätte, damit ich weiterarbeiten kann. Das ist ein Dilemma. Weil. Speichern wir ab. Ja, geh mal abkühlen. Ähm. Ich hätte ja schon Erz. Aber was schickt ihr mir denn an Erz? Ich hab ja die beiden Kisten hier, ne? Die sind ja verschlossen. Würden die jetzt, ähm... Erzbrocken. Hab ich ja genug. Aber ich glaube, das wird wohl klappen, wenn ich ihn anspreche und ihm Erz gebe. Hey. So, hier ist dein Erz. Hier. Dein Erz. Du hast Erz? Gut, Morra. Sehr gut. Her damit. 30 Erzbrocken geben. Ah, man kann das auswählen. Gut. Dann, äh, 30 Erzbrocken geben. Aber immerhin konntest du mir 30 Brocken bringen. Besser als nichts. Was soll ich jetzt Donchak melden? Sag ihm, Morra, dass ich jetzt die Waffen schmieden kann. Rimok wird den ganzen Tag arbeiten, damit die Waffen schnell fertig werden. Hm, hm, hm. Was gibt's sonst noch? Von Rimok? Hallo. Ambus. Sag mir deine Ware. Okay. Okay. Rimok hat das erste Erz. Genug. Okay. Also, gucken wir mal nach. Okay, 144, das stimmt. Was springt er denn da rum? Ja, okay. Die Kisten sind nicht gefährdet. Also, dann geht's wieder zurück zu Donchak. Hier sind wir. Grimok hat jetzt genug Erz. Gut. Ich hoffe, dass jetzt die Arbeiten zügig voranschreiten werden. Grimok sagte mir, dass er den ganzen Tag arbeiten wird, damit die Waffen schnell fertig werden. Ausgezeichnet, Morra. Wir müssen nämlich für den nächsten Angriff gut gerüstet sein. Der nächste Angriff? Gegen wen? Das geht dich nichts an, Morra. Verstanden? Hier hast du dein Gold. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Halleluja. Halt, Morra. Nicht so schnell. Ja, was ist? Ich habe noch einen Auftrag für dich. Was soll ich tun? Bring diesen Befehl zu Mardok, dem Feldherrn des Heeres, das vor dem Hof dieses Ona lagert. In Ordnung. Soll ich ihm noch was sagen? Nein. Gib ihm nur den Befehl. Mehr nicht. Gut. Ich mache mich dann auf den Weg. Aber beeil dich. Der Befehl muss so schnell wie möglich übergeben werden. Ach, du liebes Lieschen. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Wenn ich jetzt ihm diesen Brief geben sollte. Ja, die sind natürlich oben. Jetzt bin ich gespannt. So. Brief an Eltern. Also diesen hier. Löse ich dann was aus. Hock. Mardok. Kann. Hock. Ja, okay. Kann absolut. Tja, bei Google habe ich das auch reingegeben. Aber da könnte mir das auch nicht übersetzen. Ja, da muss ich wohl zu Onas Hof rüberfetzen. Aber erst mal gucken, was hier drin. Botschaft des Anders Org her. Ich habe Donschaks Befehl versucht zu lesen. Da ich das Kauderwilch immer noch nicht verstehe, sollte ich den Brief lieber wieder Gernot geben, damit er ihn an Wulfkar weiterreicht. Aha, also, oh ja, sag ich ja, das ist natürlich eine Zwickmühle. Ja, okay, das ist das. Jetzt ist es noch nichts erledigt mit Donschak. Hm, an Gernot. Gut, ja, dann werde ich doch mal zur Varaninsel rüberflupsen. Jo, flups, flups. Ja. Also, das ist richtig schön. Es macht auch Spaß, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Macht auch Spaß, Kommentare zu lesen, die ihr immer fleißig gebt. Und auch die Däumchen. Ich bringe Erz. Okay, ich habe ja noch nicht alles geschafft. Ich habe einen Befehl des Orgherrn. Und Donschak bei mir. Einen Befehl des Orgfeldherrn von Korinis? Interessant. Was schreibt er? Tut mir leid, aber ich kann das Schreiben leider nicht lesen. Ach so, er ist in orkischer Sprache geschrieben. Na schön. Dann werde ich den Brief Wulfias geben, damit er ihn übersetzen kann. Ich brauche aber den Brief so schnell wie möglich wieder. Er soll an das Orgherr, das Unas Hof, belagert. Keine Sorge, Wulfias wird sich mit der Übersetzung beeilen. Wenn du morgen wiederkommst, kannst du ihn zurückhaben. Gut, hier ist der Brief. Ja, ich bringe Erz. Ist die Übersetzung fertig? Nee, ich muss ja am nächsten Tag noch irgendwie... Ja, hier gibt es auch kein Bettchen. Wo fette ich denn jetzt mal hin? Purines Leuchtturm, Pyramide, Milizlager, Onas Hof. Warum erfahre ich... Ach du Scheiße! Vergessen umzuziehen, also super. Ich habe mich hierhin teleportiert und bin ja in dieser Rüstung sozusagen dahin gelaufen, was mich natürlich ein bisschen gewundert hat. Moment mal, leichte Bootsmann-Rüstung. Ziehen wir das wieder an? Weil es mich gewundert hat, dass sie mich gar nicht angegriffen haben. Also die hier. Okay. Ob das jetzt beabsichtigt ist, wissen wir nicht. Gut, also das Ganze werden wir nochmal in Schnelldurchlauf wiederholen. Gernot, ich habe einen Brief. Blub, 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 blub. So, ja. Mal gucken, sagt Wulfi, ist was dazu? Welche Rezepturen? Ich möchte meine Lebenskraft und zeige mir deine Wahl. Wo fällt sich denn jetzt mal hin? Ja, natürlich am besten zum Milizlager. Vielleicht hat ja André noch irgendwie ein Hint für mich, was ich zwar nicht glaube. Nein, hat er nicht. Dann werden wir mal hier die Nacht im Bett verbringen von André. Aber alleine. So. Ja, bis zum nächsten Morgen sollte wohl gut sein. Okay. Dann schauen wir mal zur Varan-Insel. Mit Gernot wieder mal fragen, ob der Herr Wulfias den Brief übersetzt. Ist die Übersetzung des Briefes fertig? Ja, Wulfias hat mir den Brief gegeben. Hier ist er. Und damit du weißt, was in dem Brief geschrieben steht, hat er sogleich eine Abschrift für dich hinzugefügt. Es war gut, dass du zu mir gekommen bist. Die Orks planen einen Großangriff gegen Lord André. Leider können wir ihm nicht helfen. Also musst du ihn nach Möglichkeit unterstützen. Ich werde tun, was ich kann. Okay. Davon bin ich überzeugt. Innos möge mit dir sein. Oh, weia. Ich bringe Erz. Ich habe ja noch nicht genug. Ach, ist das wieder hier. Botschaft an das Org her. Ich habe Gernot Donschatz gegeben. Wulfias konnte den Brief übersetzen. Gernot hat mir sowohl das Original als auch mit Kopie. Jetzt kann ich das Original zum Madok bringen. Na, gucken wir uns mal die Kopie an. Mal gespannt, ob die gleich daneben liegt. Also nach den Dings bescheiden des Seelords übersetzte Brief. Ja, da ist er. Großer Madok, Feldherr des Orgherrs. Warte noch mit dem Angriff auf die Morras von dem Paladin André, bis die Orksöldner zu dir gestoßen sind. Sobald wir genug Waffen geschmiedet haben, werde ich die Orksöldner zu dir senden. Donchak, Oberstar, Kriegsherr. Jep. Jetzt verhält sich das aber so, dass ich ja noch Erz für den König brauche. Also noch die 10 Kisten da in der verlassenen Mine von Korinus. Auf die Suche muss ich mich erst mal machen, oder? Oder dauert das zu lange? Das weiß ich jetzt nicht. Ich könnte ja wieder die Rüstung hier anziehen. Mal gucken. Bin ich mal gespannt, ob die reagieren. Wenn ich mich umziehe. Was hatte ich denn hier für eine leichte Orksöldner-Rüstung? Amine, Marine, Rüstung aus Krollerplatten. Leichter Orksöldner-Rüstung passiert nichts. Aha, sehr gut. Ja, dann werde ich wohl zum Feldherren Mardok gehen. Und da schalte ich mich wieder ein. Ich habe mal einen kleinen Abstecher gemacht zum mittelalterlichen Modehaus ZAR. Also Scham und Anmut. Und da hat Alan auch wieder was dazu geschrieben. Also hat dazu geschrieben, ob ich hier Gritta finden würde oder ob Gritta Stammkundin sein wird. Nein, hier würden nur NPCs rumlaufen. Ist aber auch nicht schlimm. Oh, wieder ganz viele Bürgerkleidung. Und 150 Gold. Ja, das wohl habe ich vergessen zu rauben. Naja, ich finde das echt klasse gemacht hier. Hier gibt es nämlich auch königliche Gewänder. Nein, gibt es nicht. Weil ich habe nämlich eine königliche, Moment mal, Quest. Und zwar ein königliches Kleid. Das kriege ich aber nur in Varand. Oh ne, Vanguard. Okidoki. Naja, dann werde ich mich wieder weiter auf die Suche des Orko-Overs machen. Das heißt also, Großbauer. Da muss ich... Ja. Aha. Habe ich denn hier eigentlich die richtige Klamotinsky an? Wird mich hier jemand angreifen? Courtney, Patrick. Wer ist Patrick? Ja, ok. Ohohohoho. Jetzt bist du dran. Also doch. Na, so viel klasse. Ja, dann werde ich erst mal zur Taverne hinfetzen. Hier ist ja keiner in der Nähe. Dann kann ich mich umziehen. Ähm, was soll ich denn jetzt am besten anziehen? Damit, wenn ich auf Bonas Hof gehe. Gucken wir mal. Großbauer. Okay. Läuft. Bis jetzt. Gibt es aber hier noch so einen Mordo-Shordo-Typ? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Mordak. Wo ist der? Helena. Mal gucken. Habe ich noch hier irgendwie eine Bäuerin. Da war da noch was mit einer Frau. Ne, weiß ich jetzt nicht. Wegen Till, genau. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Till, Till, Till. So, das ist ja die Rosi gewesen. Aber auch leider gibt es da keinen Hinweis mehr. Ja, okay. Weil nämlich in meinem Logbuch stand. Wegen Rosis Till. Jetzt weiß ich natürlich nicht, werde ich jetzt hier angegriffen von den Leuten? Weichere mal ab. Oder muss ich mich jetzt umziehen da? Ich weiß jetzt nicht. Ich ziehe mich mal mit einer leichten Orgs-Söldner-Rüstung an. Sicher ist sicher. Ich weiß jetzt. Na. Ja, da werde ich erst mal so riskieren. Ich weiß ja nicht. Mhm. Alles klar. So, dann wollen wir ein bisschen Abstand wahren. Ich geh mal hier rüber. Bin ich von denen weg? So. Man muss es ja alles mal ausprobiert haben. Nicht wahr? Aber gut, dass die so auffällig ist hier. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mich hier unter denen bewegen kann. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, und wo soll denn jetzt dieser Mordach sein? Der Heeresführer. Große Frage. Wo bist du? Da werde ich mich mal wieder einklinken. Wenn. Oder ist er hier? Das sieht gut aus. Hier sieht es interessant aus. Hier sieht es wichtig aus. Wir haben sie in den Dau gekillt. Mit einem Vieh oder was? Hm. Oh, weia. Ah, das waren ein paar Viecher. Gut. Da ist er. Feldherr. Oha, speichern wir mal. Dann geben wir ihm mal diesen Krückel-Kröckel-Brief. Hallo. Verschwinde, Mora. Sonst mache ich dir Beine. Ich habe doch hier einen Brief für dich. Donchak schickt mich. Was sagst du da, Mora? Der große Donchak schickt dich. Ja, ich soll dir einen schriftlichen Befehl von ihm geben. Dann rede nicht lange und gib ihn mir. Gut, ich gehe dann mal. Halt. Sag Donchak, dass wir noch ein Dutzend Heiltränke brauchen. In Ordnung. Sonst noch was? Ja. Beeil dich. Wir brauchen die Heiltränke so schnell wie möglich. Hm, okay. Jetzt darf ich wieder rüber zu Donchak. Oh Gott, nee. Ja, das heißt, ich darf wieder zur Varan-Insel rüber. Ich kann ruhig diese Klamotten anbehalten. Das kapiert hier keiner. Doch gut so. Und dann schwimme ich mal eben hier rüber. Weil ich habe ja nämlich den Teleportstein noch nicht für die Stadt. Ne? In Granz-Truhe soll die sein. Muss ich auch noch irgendwie besorgen. Ja, kaum habe ich das eben ausgesprochen, dass mir hier noch ein Teleportstein fehlt. Und zwar hier in Granz-Truhe soll der ja sein. Dann werde ich mich nämlich erst mal schlafen legen. Damit sich alle schlafen legen. Oder in gebückter Haltung auf dem Boden schlafen und dösen. Das heißt also Bettchen bis Mitternacht. Und dann gucken wir erst mal, wer sich denn so alles hinlegt. Hier ist der Hamlet. Da liegt schon einer. Da hinten der Ork da bei den drei Schilden. Ja, so war das auch wirklich alles. Ich will hier überhaupt keinen Mucks machen. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, Granz ist noch nicht weggegangen. Oh, da kommt noch einer. Wer ist er denn? Das ist Marc. Marc, Marc. Ja, leg dich mal schlafen, Marc. Gut. Ich glaube, das war's. Jetzt gehe ich mal in den Schleichmodus. Ganz leisen. Auf leisen Sohlen. Hoffentlich entdeckt mich keiner. Oh, der steht auf. Hm. Was schleifst du denn da rum? Okay. Oh, der wird auch wach. Aber er macht nichts. Er setzt sich wieder hin und schläft. Was machst du? Ah, ich will zielstrebig zur Truhe. Okay. Dann bleibe ich mal hier stehen. Oh, das könnte klappen. Oh, die ist bestimmt verschlossen. Tolle Nummer. Ah, shit. Ah, abgebrochen. Ah, abgebrochen. Geil. Ich habe eine Teleport zur Hafenstadt. Ja, klasse. So muss es sein. Jetzt habe ich den auch. Atomschlüssel 6. Welcher Atomschlüssel soll er sein? Ja, ach. Dann könnte ich eigentlich wieder hier aus meinem Schleichmodus raus. Und, äh, jo. Wieder ganz normal schlafen gehen. Damit wieder Tag hält ist. Ich hätte ja auch während des Schleichens mal die anderen Sachen gemacht. Verdammt. Was ist los? Was ist los? Ja, was ist los? Ich schlafe ja nur. Das ist los. Ja, auch gut. Hammer speichern sich als halber. Ach, da guckt einer. Ja, jetzt muss ich nochmal überlegen. Wir müssen ja nochmal zurück zu Don Shack. Da schalte ich mich wieder ein. Jawohl. Ey. Warte mal. So, Dian, was machst du denn hier? Okay. Der läuft da einfach rum. Okay. Ja, okay. Dann zurück zu diesem Don Shack. Machen wir mal. Da bist du ja wieder, Mora. Und? Hat Mardok seinen Befehl erhalten? Ja, hat er. Sehr gut. Hier erst ein paar Goldstücke. Mardok braucht noch ein Dutzend Heiltränke für das Heer. Die kann er haben. Geh zum Alchemisten Ezo. Er soll sie dir geben. Wo finde ich Ezo? Der Assassine Ezo hat hier in der Oberstadt das Haus des Alchemisten von Korines übernommen. Und nun beeil dich. Mardok braucht die Heiltränke. Ja, die braucht er nämlich. Jetzt bin ich natürlich im Dilemma. Was hole ich als nächstes? Das Erz? Oder die Heiltränke? Und bringen sie da Mardok? Das weiß ich nicht. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Einschalten. Gebt mir einen Kommentar. Oder einen oder mehrere. Und einen Daumen natürlich. Ich sage Tschüss. Tschüss. Ach ja, vielleicht kann ich ja ihn hier nochmal aktivieren, weil ich so stolz bin, dass ich jetzt eine Katana habe.